E-Mobilität ist ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema, was nicht nur in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird, sondern was auch schon aktuell für uns alle wichtig ist. Und deswegen ist es gut, einen Experten an der Seite zu haben, der sich bestens auskennt. Heute ist das Klaus Schäfer und ja, erstmal die Frage, wie wird man denn zum Experten für E-Mobilität? Weil beruflich haben Sie damit ja so konkret nichts zu tun eigentlich. Mein Thema ist beruflich, ist Qualitätssicherung und das passt meiner Meinung nach sehr gut zum Thema Elektromobilität. Und angefixt wurde ich von einem der ersten Elektromobilisten, die ich kenne. Rafael de Mestre ist ein Spanier, der fuhr einen Tesla-Zweisitzer, einen Roadster. Und als ich das Vergnügen hatte, diesen Roadster mal fahren zu dürfen, war ich sofort begeistert und habe damals gesagt, okay, sobald dieses Fahrzeug als Viersitzer kommt, muss ich ihn haben. Das heißt, am Anfang war die Neugier für die Technik da? Absolut, absolut. Bis heute hat sich das nicht geändert. Ich bin begeistert, nach 160.000 Kilometern immer noch dieses tolle Auto fahren zu dürfen. Unkompliziert, wartungsarm, leise. Das Auto vermittelt Ihnen ein sauberes Gefühl. Es macht wahnsinnig Spaß, auf die Art und Weise, heute sage ich, zu cruisen. Es ist einfach ein gemütliches Dahingleiten. Nicht schleichen, aber es ist ein angenehmes Fahren. Früher bin ich der Vollgasfahrer gewesen und habe mich überhaupt nicht dafür interessiert, wie viel Diesel gerade ich hinten rausblase. Vollgas heißt wirklich, was die Straße, was der Tacho hergegeben hat. Heute habe ich den Schalter sowas von umgelegt. Ich cruise durch die Gegend, ich bin völlig entspannt, also wesentlich entspannter als früher. Ich genieße das Reisen mit dem Auto viel mehr als früher. Also es ist auch irgendwo zum Genuss geworden. Absolut. Aber auch der ökologische Aspekt, der Umweltschutz, der hat ja auch damit zu tun für Sie mittlerweile. Erstmal nicht. Also erstmal war es die Faszination Technik, was Neues, ganz klar. Aber dieses Auto hat mir einfach gezeigt, okay, es ist wertvoll, sich mit deiner Umgebung auseinanderzusetzen. Das heißt, heute geht das so weit, dass ich gezielt Plastiktüten weglasse, dass ich bei McDonalds meinen eigenen Becher mitbringe, um den Kaffee nachfüllen zu lassen. Das hätte ich vor drei Jahren nicht geglaubt, also bevor ich auf das Elektroauto umgestiegen bin. Wir sprechen gleich noch weiter über die Vorteile, aber auch die Nachteile der Elektromobilität. Bleiben Sie dran. Wir sprechen heute mit Klaus Schäfer. Er ist Experte, wenn es um das Thema E-Mobilität geht und fährt selber einen Tesla. Also kennt sich bestens aus mit den Vor- und den Nachteilen. Erstmal die positiven Dinge. Was, sagen Sie, ist super bei E-Autos? Also was für alle E-Autos gilt, ist die Beschleunigung. Sie setzen sich rein, geben Strom und das Auto beschleunigt sofort. Das macht riesig Spaß. Dann das Thema Leise. Sie fahren leise bis 60, 90 kmh. Sie hören das Auto nicht, aber diese nicht vorhandene Geräuschkulisse macht sich sofort breit im Auto. Also dieses Nichts hören, toll. Vorteile im Monitor. Strom kostet häufig nichts. Also wenn Sie nicht gerade zu Hause für 29 Cent die Kilowattstunde tanken. Draußen bieten viele Ladesäulen, Aufsteller den Strom kostenlos an noch. Sie haben mit dem Fahrzeug selbst kaum, nahe null Inspektionen. Sie haben keine Schmiermittel, die Sie brauchen. Das hört sich an als, also eigentlich traumhaft. Warum fahren wir nicht alle Elektroautos? Das ist so, die Early Mover oder Early Adopter, wie sie auch heißen, kaufen ein Flatscreen für 30.000 Euro. Warum? Damit der Massenmarkt eine Chance hat. Heute kaufen Sie ein Flatscreen für 600 Euro. Vergleichbar vielleicht, vielleicht nicht. Das ist bei den Autos ähnlich. Tesla ist im Premium-Segment unterwegs. Ich glaube, nur weil es Tesla gibt, ist das Thema überhaupt marktreif geworden. Die OEMs haben die Konzepte alle in der Schublade, packen sie nicht aus. Das heißt, wenn BMW ein Auto teuer auf die Straße bringen muss, dann nur, weil es davon wenige gibt. Renault und Nissan bieten vergleichbare Produkte wesentlich preisgünstiger an. Aber im Vergleich zu der Fahrzeuggröße, die diese Hersteller sonst auf den Markt bringen, sind sie halt doch wesentlich teurer als der Verbrenner. Und ein Grund ist eben, die Batterie ist teuer. Ich gehe davon aus, dass in zehn Jahren da niemand mehr darüber diskutiert, dass die Batterien, ähnlich wie die Speichertechnologie, so einen starken Preisverfall haben wird, dass es einfach angenehm ist, ein Elektroauto zu fahren. Einer muss den Anfang machen. So ist es eigentlich mit allem. Und wir sprechen gleich noch weiter. Bleiben Sie dran. Mit dem Auto in den Urlaub vielleicht nach Kroatien, wer weiß das schon. Und man sucht nach einer Tankstelle. Die findet man in der Regel. Aber wie sieht das aus, wenn man ein Elektroauto hat? Findet man dann eine Ladesäule? Herr Schäfer, Sie haben eine gefunden, mehr oder weniger. Also Strom gibt es überall. Und Sie müssen halt offen sein und auf andere zugehen und die Frage stellen, ich habe da einen Stecker, wo finde ich die passende Steckdose dazu? Und in Kroatien, auf einer Insel war es eben so, da gab es weit und breit keine Tankstelle, also keine Ladesäule. Aber wie gesagt, Strom gibt es überall. Den finden Sie dann auch, wenn Sie gezielt danach suchen und freundlich darum fragen. Oder bitte, bitte machen. Und wo haben Sie ihn genau gefunden in Kroatien? In dem Fall, auf der Insel war es, am Hafen, an der Slip-Anlage. Und das ist ein faszinierendes Foto geworden. Das Auto direkt vor dem Kran, der sonst Boote zu Wasser lässt, kurz einen Stecker ziehen und eine Zeit lang in die Batterie tanken, war da überhaupt kein Problem. Die haben verblüfft geguckt, glaube ich, da, oder? Die waren verblüfft und hatten den Spaß daran, haben das erste Mal einen Tesla auf der Insel gesehen und waren alle begeistert. Also das erlebt man eigentlich überall mit einem Elektroauto. Was ich persönlich ja so faszinierend finde, ist, dass man wirklich kaum Wartungsaufwand oder auch Kosten hat. Also das haben Sie ja vorhin schon erwähnt beim Tesla, dass Sie noch nicht mal in die Inspektion müssen. Sie haben aber trotzdem eine gemacht. Ja, man ist es so gewöhnt. Vorher musste ich bei 15.000, 20.000, 25.000 zur Inspektion. Und jetzt bin ich bei über 50.000 und Tesla sagt, nee, nee, brauchst du nicht. Und dann dachte ich mir, okay, bei 80.000 Kilometer frage ich doch mal wenigstens nach den Bremsen und habe dann eine Inspektion machen lassen und war sehr überrascht, dass die Aussage war, damit kannst du noch mal 80.000 Kilometer fahren. Inzwischen bin ich bei 160.000 Kilometern. Da sind immer noch die gleichen Bremsbeläge drin jetzt nach zweieinhalb Jahren. Auch der Reifen, der Reifenabrieb ist wesentlich geringer. Ich hatte vorher mit dem vergleichbaren PS-starken Fahrzeug einen Reifenverschleiß zwischen 80.000 und 22.000 Kilometer. Heute fahre ich da ganz entspannt 40.000 Kilometer runter. Das ist also eine ganz neue Welt, die man sich da erobert. Also es macht riesig Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, also es klingt auf jeden Fall toll. Ich würde mir sofort einen kaufen. Allerdings muss ich dann noch ein paar Moderationen machen. Wir sind gleich wieder zurück. Wir sind gleich wieder zurück.